Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Montag am 28. Oktober 2024 sprechen wir über den Altcoin-Zyklus und wieso der noch auf sich warten lässt. Dann sprechen wir über Vitalik Buterin und seine Verteidigung von Ethereum, inklusive Zeichen, wieso Ethereum eventuell steigen könnte. Dann sprechen wir über Tether und den Wallstreet Journal-Artikel vom Freitag, sprechen über Based und spezifische Base-Stablecoin-Transaktionen und am Schluss sprechen wir noch über AI-Agents, sogenannten Based-Agents, welche von Coinbase gebaut wurden. Springen wir in diese erste News-Story und wie so viele Kryptoinvestoren warten wir natürlich ganz gespannt auf die Altcoin-Saison. Jetzt kommt der sehr bekannte Krypto-Analyst Willy Wu und sagt, der Altcoin-Markt-Zyklus, der wird auf sich warten lassen bzw. wird nicht so stark ausfallen wie zum Beispiel 2017. Mit jedem Markt-Zyklus wird nämlich der Altcoin-Markt ein gewisser Reife gewinnen, also der gesamte Kryptomarkt eigentlich. Das wird sich vor allem darin zeigen, dass vor allem die Altcoins nicht so stark steigen werden wie in den vorangegangenen Jahren. Das bedeutet aber nicht, dass es keinen Altcoin-Zyklus geben wird, eher im Gegenteil. Er sagt, es wird einen geben. Der Fokus wird allerdings dieses Mal eher auf Meme-Coins gelegt. Das heisst, auch er springt auf die Meme-Coins-Schiene. Und gleichzeitig sagt er, dass man sich bewusst sein muss, dass wenn man Altcoins hält, dass man entweder ein Insider ist, also man weiss etwas, was andere Investoren nicht wissen, oder dass man einfach im Casino spielt. Er ist natürlich ein sehr bekannter Bitcoin-Investor auch und hat dadurch natürlich auch nicht so eine Freude an Altcoins. Gleichzeitig sagt er aber, viele Leute schauen zum Beispiel auf die Bitcoin-Dominanz für einen Altcoin-Zyklus. Das heisst, sobald die Bitcoin-Dominanz ein lokales Top erreicht haben soll, beginnt die Rotation von Bitcoin in die Altcoins. Das heisst, trotzdem schauen noch viele Leute auf den Altcoin-Markt, unabhängig davon, was sie von den Altcoins halten oder nicht. Auch er ist jetzt, wie gesagt, eine Person, die sagt, es braucht Meme-Coins, beziehungsweise die Meme-Coins sind die Mittel, um quasi den Mittelfinger der Gesellschaft zu zeigen, oder vor allem der traditionellen Finanzwelt und somit natürlich auch an Popularität, ob sie gewinnen können oder nicht. Das bleibt dann noch eine andere Diskussion. Sprechen wir über die Altcoins, sprechen wir spezifisch über Vitalik Buterin und sein Ethereum. Vitalik Buterin scheint vor allem letzte Woche ziemlich aktiv in den sozialen Medien gewesen zu sein, um unter anderem auch Ethereum zu verteidigen. Er war so ziemlich einer der aktivsten, ich sage mal, Krypto-Influencer auf X und hat ziemlich stark auch gegen die Leute geschossen, die gegen Ethereum und die Ethereum Foundation geschossen haben. Spezifisch geht es dabei um die Verkäufe, also die ETH-Verkäufe der ETH Foundation und da war die Diskussion immer, wieso verkauft die Ethereum-Stiftung Ethereum, wenn sie effektiv auch daran glauben. Aber die Diskussion ist eben eine andere, es geht nämlich darum, dass man unter anderem zum Beispiel die Löhne der Entwickler zahlen muss. Und somit kann man das natürlich nur machen, indem man die Ethereum aktiv verkauft. Das, gekoppelt mit dem Fakt, dass man natürlich jetzt gerade noch eine Alternative für das Staking sucht, denn das war ein anderer Kritikpunkt, dass die Ethereum-Stiftung ihre Ether nicht staked. Das, gekoppelt mit dem Punkt, hat dazu geführt, dass vor allem Ethereum momentan in einer Position ist, bei welcher sie eben von allen Seiten beschossen werden. Ob jetzt das ausreichen wird, um die Ethereum-Price-Action eigentlich zu starten oder ob jetzt Ethereum mehr oder weniger weiterhin angegriffen wird und sogar von den Altcoins überrannt wird, das werden wir noch sehen. Was ganz interessant ist, ist auf jeden Fall, dass am 25. Oktober 543.000 Ether von den Kryptobörsen entfernt worden sind. In diesem Fall war es spezifisch Coinbase, also 1,3 Milliarden US-Dollar. Und normalerweise sehen wir diese Exits eigentlich nur, wenn eine grössere Ether-Preisbewegung kommt. Denn im Normalfall behält man die Ether halt auf der Börse, weil man davon ausgeht, dass dadurch, dass der Preis volatil ist, dass man entweder kaufen oder verkaufen kann. Wenn man die Ether hingegen von der Börse wegnimmt, geht man davon aus, dass man es eher in ein Cold-Storage-Wallet, also sagen wir ein Hardware-Wallet, oder zu einem Verwahrer geschickt hat, weil man eben die Ether länger behalten muss. Das gekoppelt mit dem Fakt, dass die Rotation von Solana in Richtung Ethereum beginnen könnte, rein charttechnisch, führt dazu, dass viele Leute davon ausgehen, dass Ether in den kommenden Wochen und Monaten in Richtung 6.000 US-Dollar steigen könnte. Dann sprechen wir über einen Artikel, der Freitagabend kurz vor dem Wochenende erschienen ist im Wall Street Journal. Es geht nämlich darum, dass das Wall Street Journal behauptet, sie haben individuelle Quellen, die behaupten, dass die Vereinigten Staaten, also die Regierung, Tether untersuchen möchte bzw. bereits an der Untersuchung dran ist. Inwiefern das stimmt, ist ein bisschen unklar, denn Paolo Arduino, der CEO von Tether, hat sich zu Wort gemeldet, auch in den sozialen Medien und ganz klar gesagt, das ist alles alter Kaffee. Das ist eine Untersuchung bzw. das sind Informationen, die uns bereits vorliegen. Es findet momentan keine aktive Untersuchung statt. Ob das stimmt oder nicht, ist für den grössten Stablecoin-Herausgeber natürlich relevant, denn dadurch, dass Tether in den letzten Jahren immer wieder in eine brenzlige Situation gekommen ist, dadurch, dass sie nicht immer transparent gezeigt haben, in welche Assets sie investieren, das heisst, die einfache Methode funktioniert natürlich so, ich investiere einen US-Dollar und Tether mintet dann einen USDT. Was dann mit meinem US-Dollar passiert, das ist das grosse Fragezeichen, denn in der Vergangenheit habe Tether unter anderem in unterschiedliche Assets investiert. Man ging sogar so weit, dass man auch davon gesprochen hat, dass Tether in Immobiliengiganten in China investiert haben soll. Ich glaube, das war Evergreen und dort hiess es dann, bei einer Krise wäre Tether de facto bankrott. Das wollte man dann natürlich vermeiden und konnte dann vor etwa zwei Jahren einen grossen Teil der Investitionen in sogenannte Kurzzeit-Anleihen, spezifisch US-Staatsanleihen investieren und somit Tether zu einem sehr, sehr guten Business machen. Denn dadurch, dass Tether natürlich nur etwa knapp 80 Leute sind und sie mehrere zweistellige Milliardenbeträge an US-Dollar erhalten und etwa 4-5% an Zinsen generieren durch die US-Staatsanleihen, ist ein sehr, sehr gutes Geschäft. Das heisst, Tether ist jetzt in einer sehr komfortablen Position zumindest zu kommentieren, wenn solche Untersuchungen stattfinden. Gleichzeitig ist es sicherlich eines der grössten, ich sag mal Gegner in der Kryptowelt der US-Regierung, nachdem Binance letztes Jahr knapp 4 Milliarden US-Dollar Strafe bezahlen musste. Dann sprechen wir kurz über die Base Chain. Die hat nämlich ein Rekordvolumen erreicht, dieses Mal aber mit Stablecoins. Spezifische Stablecoin-Transaktionsvolumina haben zeitweise höhere Volumina als Solana, Ethereum und Tron erreicht. Wir sprechen hier spezifisch von USDC, die knapp 60% von den Transaktionen ausgemacht haben. Dann 30% haben wir USDT und etwa 7,4% ist dann noch DAI mit im Spiel. Wie gesagt, geht es bei der Base Chain spezifisch eigentlich um die Skalierung. Das heisst, dass Stablecoins alleine genutzt werden, macht grundsätzlich noch keinen Sinn. Man kann jetzt natürlich, wenn man von Börse zu Börse USDC verschicken möchte, die Base Chain brauchen, bezahlt dann weniger Transaktionsgebühren und das wird dann natürlich auch in diese Transaktionsvolumina mitgerechnet. Also von daher zumindest ein Anwendungsfall, der aktiv genutzt wird. Wir bleiben gleich bei Coinbase, sprechen über die sogenannten Based Agents, welches erlauben einen sogenannten AI Agent, also einen KI-Agenten, nicht wie ein Geheimagenten, sondern Agenten im Sinn von einem Bot, der gewisse Tasks ausführen kann, innert drei Minuten zu erstellen. Coinbase hat schon öfters sich zu Wort gemeldet bei so ein bisschen der Kombination zwischen Blockchain und AI. Spezifisch auch der Coinbase CEO hat sich da mit einem Tweet gemeldet, bei welchem er gesagt hat, dass die Verschmelzung zwischen Blockchain und AI extrem wichtig sei, weil natürlich die AI momentan mit der Hilfe von diesen sogenannten AI oder KI-Agenten gewisse Tasks ausführen kann, also gewisse Aufgaben erfüllen kann, aber sobald es halt um den Austausch von finanziellen Mitteln geht, würde das eben nicht gehen. Das klassische Beispiel, du hast einen virtuellen Assistenten, der ein Hotel oder einen Flug für dich bucht, aber du hast quasi keine Möglichkeit, diesem Agenten oder eben diesem Assistenten gewisses Geld zur Verfügung zu stellen. Da könnte man dann eine Art Kryptowallet zur Verfügung stellen, das mit sagen wir 200-300 Dollar aufladen und das Kryptowallet bzw. der AI-Agent könnte dann auf dieses Kryptowallet zugreifen, um dann diese Transaktion zu tätigen. Dort hat jetzt Coinbase zumindest eine Art Entwicklerpaket herausgebracht, bei welchem die Entwickler daran arbeiten können. Eine sehr spannende Entwicklung meiner Meinung nach. Das war es vom heutigen Podcast. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.